Na, auf Wohnungssuche? Aber keine Lust auf Papierkram? Frag deinen Vermieter. Frag deinen Arbeitgeber. Frag die Kreditinstitute. Frag deine Mama. Oder frag das Internet. Nachweise für die Wohnungssuche besorgen ist umständlich. Es sei denn, du fragst uns. Mit der Hausi Bewerbermappe und der Berliner Sparkasse erstellst du in zwei Minuten deine vollständige Bonitäts- und Selbstauskunft. Ein kurzer Abgleich mit deiner Bank und schon erhältst du deine komplette, übersichtliche Bewerbermappe. Mit allen Daten, die Vermieter wirklich wissen wollen und dürfen. Mieter-Selbstauskunft, Mietzahlungsbestätigung, Einkommensnachweis, Identitätsprüfung. Ausgedruckt auf der nächsten Besichtigung oder als digitales PDF. Deine professionelle Hausi Bewerbermappe hebt dich von anderen Bewerbungen ab und sorgt für feste Zusagen statt loser Zettelwirtschaft. Damit aus deiner Traumwohnung ein Wohntraum wirkt. 100% sicher und verschlüsselt. Na, noch Fragen? Jetzt in zwei Minuten zur perfekten Bewerbermappe. Oder? Alles Jesaja. Du bist nicht. ie das kann dich sch Fields aus uns in zwei Minuten – in zwei Minuten a na Du bist nicht. Aber mit dem A